herzlich willkommen zu einer weiteren folge von knack 2 wir haben in der letzten folge dazu ich behaupte einfach mal tutorial gemacht ja wir sind jetzt auf der insel gelandet auf einer insel gelandet und schauen wir einfach mal was uns hier erwartet würde ich sagen und viel spaß von zuschauen ich mag nicht alles sammeln aber am anfang war rum denn auch nicht trophy sind ja immer was schönes wetter nicht wahr so was ich glaube so nicht dass mit ihr so schön folgen können aber eine menge wasserräder hydro elektrizität die wasserräder versorgen die ganze gegend mit strom ich 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 es ich meine aber noch sind sie ja sich im ersten teil rinnen kann waren da schon ein paar paar Cissel bei die richtig richtig schwer waren Da war der Waldgäse noch. So. Ich schaue da links rauf, dass es das... Und wieder in die andere Richtung. Ich war drinnen, aber habe natürlich... Na, komm. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Jetzt wird vermutlich gleich die Aufzeichnung wieder weg sein. Du hast einen Teleporter erhalten. Gut. Ich hoffe, ich bin wieder da. Oh. Na komm, Leute. Ach Gott, was ist denn schon wieder los? Oh, Mann. So. So. Geht ja. Mal schauen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich überlebe ich das jetzt unten herum nicht. Gut, nein, ich dachte mir vielleicht, dass man da drüben irgendwas hat. Egal. Gut. Egal. An dir hab ich ja gar nicht mehr da. Bleibt zurück, ihr zwei. Okay. Ja, langsam. Langsam gewöhne ich mich wieder an alles. Geht bitte nur grad drinnen kann ich anscheinend... Das kann ich anscheinend nicht. Okay. Okay. So. Und aussieht jetzt. höre ich mal auf mich debatt anzustellen. Wär doch gelacht wenn man da jetzt nicht... Irgendwie mal ein bisschen durchkommt ohne... ...ohne jeden Schass... ...dant einzustecken und dann zu verrecken. So. 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 das kann doch alles gar nicht so schwer sein aber da habe ich es immer wieder mit der Optik gut so wird das da mal abgeschafft ich bin schon etwas verschrien Wie ist das sowas? Kleinen Leck Und machen wir ihn wieder groß, ich fühle ihn mit dem großen doch etwas wohler. Wieso ist der Doktor nicht dabei, er sagte er würde mitkommen, es kam was dazwischen, er hat aber nicht gesagt was, bestimmt wollte der Doktor sich vor dem Klettern drücken, höchstwahrscheinlich, was man mir nicht verübeln kann. So. Sei vorsichtig, Neck, da geht's Wand nach unten. So, so. So, so. Gut, da geht's eh nicht auf. Gut. Und jetzt durch den Kobold verseuchten Wald. Oh, ein großer Entdecker wie ich würde nicht weniger erwarten. Gehen wir. Lucas, Rider, seht ihr die blauen Kristalle? Jetzt pass mal auf. Was machst du denn jetzt, Neck? Cool. Wenn wir auf Kobolde treffen, Lucas, gehören sie sich an. So, wir sind in Kapitel 2.2, das heißt, ich sag wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Servus. Itself war importance. Was ich habe. Annaaut運-Ag 快 rock. Untertitelung des ZDF, 2020